Willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion und wir gehen zur Villa sei vorsichtig Luigi ja im letzten Part sowieso riesige Fail schon in der Trainingsstube ich bin gespannt wie es jetzt wird ja ey Junge Mann wo steckst du nur Mario was Luigi oh spitze du bist es Luigi du hast es doch noch geschafft bin ich froh den Himmel sei Dank warum ich hier bin nun Prinzessin Peach spart mich hier nach Mario zu suchen er brach sofort auf als er hörte dass du eine Villa gewonnen hast doch er ist nicht zurückgekehrt als ich hier ankam wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und bleibt keine Spur da bin ich durchgedreht und 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 ich wusste nicht mehr weiter was war furchtbar ich flehe ich flehe ich flehe dich an ich flehe dich an du musst mir helfen Mario zu finden du machst dir kein Bild davon wie aufgeregt die Prinzessin sein wird wenn er nicht zurückkehrt sie wird in sie wird in 6 6 6 6 kenne ich nicht sprengen überlass mir das jo danke Luigi da fällt mir ein riesiger stein vom herzen ich wüsste ich könnte mir helfen warte mal ich ich hab's lass mich wenigstens das hier für dich tun ja bei Tod können wir jetzt immer abspeichern das kannst du jeder Teil um Hilfe bieten können wir hier nicht ne hier können wir nicht abspeichern ok ok let's go Ja, Luigi, ich will eigentlich das hier. Oh, Manni. Oh, Manni. Ist hier echt nichts? Sieht nicht so aus, okay. Manni. Es geht nicht weiter. Kerzen vielleicht aus? Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr Fröschling. Nun dunkle Räume begehren die Gefahr. Ja. Sie lieben die Dunkelheit und nun kriegen sie die. Ja, 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 ja. Jetzt bist du dran. Buh. Hier wird es reagieren wie zuvor in der Rotkäppchen, auf dass wir die Dunkelheit erinnern auf ewig. Hast du Angst vor Dunkelheit, kleiner Mann? Sag doch, machst du sie fast gefasst? Let's go. Let's go. Let's go. Gutes. Das war der Erste. Dann ist der Zweite. Und wo ist der Dritte? Das ist der Dritte. Oh yeah. Schön. Ein weiterer Key. Wo können wir jetzt hin? Ah, so sieht die Villa aus. Was ihr die mal seht. Gut, hier geht's lang jetzt. Let's go, Luigi. Oh mein Gott, zitterst du. Die Tür ist zu. Mist. Ja, jetzt aber. So. Gut. Ein neuer. 20 Leben. Gut. Gut. Okay. Gut. Ein Herzchen. Da ist mir der lieber. Nein. Das war schon der erste Fail. Oh yeah. Okay. Zack. Gut. Hier war nichts. Aber hier war was. Und hier? Ein Herzchen. Okay. Schön. Haben wir wieder die 100 Leben. Ich würde sagen, es geht weiter. Okay. Abkleideraum. Ankleideraum. Zack. Und gewuß. Next. Please. Och nee. Der Banana-Mann. Der Donkey Kong. Donkey Kong. Los. Jetzt hab ich dich. Gewuzen. Erstmal hier sauber machen. Und zack. Mist. Eigentlich hab ich dich hier gar nicht berührt. Glaub ich jedenfalls. Okay. Los. Dich krieg ich. Er hat sich losgerissen. Mist. Aber ich krieg dich. Mist. Komm. Dich krieg ich noch. Den Raum will ich noch beenden in der Aufnahme. Zack. Okay. Los. Der Nächste. Wartet mal kurz. Sieben Minuten. Okay. Komm. Das krieg ich noch hin. Los. Ja. Komm. Das wollte ich nicht. Hallo. Hallo Mann. Tschüss Mann. Okay. Ein Key. Oh yeah. Da hinten geht's noch weiter. Sieht so aus. Okay. Aber zuerst noch hier. Ne. Hier ist nichts mehr. Okay. Oh. noch ein Tod. Mario. Wo bist du noch? Was? Luigi? Oh ja. Luigi. Zum Glück hast du mich gefordert. Da fühle ich mich gleich wie vor. Viel wohler. Oh. Bitte. Bitte. Du musst Mario retten. Ich hab schon überall nachgesehen. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken? Dann übernehmen wir. Klar. Da unten sehen wir einen Friedhof. Gott. Bin ich das erste Mal Game Over gegangen? Okay. Jetzt will ich euch noch was zeigen. Und zwar. Auf. Auf. Und davon. Huia. Hallo Schwammerl. So Leute. Das war's. Für den zweiten Part von Let's Play Luigi's Mansion. Wir sehen uns halt nächstes Mal wieder bei Let's Play Luigi's Mansion. Also bis dann. Und ciao. Ja. Klar. Luigi's Mansion. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Wie ich gesagt habe. Also bis dann. Und ciao. Ciao.